In diesem Video zeige ich dir mit meinem kleinen Account, wie du Energie auffüllen kannst. Du hast jetzt 4 von 6 und du brauchst mehr Energie. Dazu hast du folgende. Du klickst dementsprechend auf Shop, also hier drauf. Dann tust du mit deinem Zeigefinger ganz nach links scrollen, auf die Karteikartenregister Sonstiges und klickst auf Sonstiges und dann scrollst du noch unten und dann siehst du hier schon, aha, kleine Allianz Energieshop. Klickst du drauf und klickst auf jetzt holen für 15 Units. Du kannst diese natürlich auch bei Rumpunkte holen, wenn du Rumpunkte genug hast. Dann kannst du auf Rumpunkte klicken und 150 kostet das. Habe ich jetzt nicht, deswegen habe ich das mit Units gehofft. Okay, also lange Rede kurzer Sinn. Dann hast du die Möglichkeit es aufzufüllen. Wie machst du das? Du klickst auf Inventor, gehst dann auf Gesundheit und Energie und dann klickst du auf den kleinen Blitz in der Allianz Mission Blitz und dann klickst du auf Item nutzen und voila, Monami, du hast wieder volle Energie. Ich hoffe das Video hat euch etwas geholfen und ihr seid jetzt ein bisschen schlauer.